Kontroverse um Gaza-Deal Demonstranten beschuldigen Netanyahu der Sabotage 1. Israel fordert die Rückgabe der Leichen von zwei israelischen Soldaten, die während des Gaza-Krieges getötet wurden. Dies ist ein wichtiger Punkt für die Familien der Soldaten und die israelische Öffentlichkeit, die Gerechtigkeit für ihre gefallenen Angehörigen fordern. 2. Israel verlangt die Einstellung von Raketenangriffen und Gewaltakten seitens der Hamas im Gaza-Streifen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit der israelischen Bürger in den südlichen Grenzgebieten, die regelmäßig unter Raketenbeschuss leiden. Die Demonstranten werfen Netanyahu vor, diese Forderungen nicht energisch genug zu verfolgen und stattdessen nachzugeben, um politische Vorteile zu erlangen. Sie fordern eine harte Linie gegenüber der Hamas und eine konsequente Verfolgung der israelischen Interessen in den Verhandlungen. Netanyahu hingegen verteidigt seine Verhandlungsstrategie und betont, dass die Sicherheit Israels oberste Priorität hat. Er argumentiert, dass es wichtig sei, einen Ausgleich zwischen Sicherheitsinteressen und humanitären Bedürfnissen zu finden, um eine langfristige Stabilität in der Region zu gewährleisten.